Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Video, wie kauft man am günstigsten Bitcoin? Und ich bin auf einen neuen Anbieter gestoßen, und zwar 21 Bitcoin. Relativ neu, würde ich jetzt einfach mal sagen, gibt es schon ein bisschen länger, das auf jeden Fall. Aber so richtig Marketing haben die Jungs, glaube ich, noch nicht so wirklich gemacht. Oder zumindest, was ich so gesehen habe, ich bin auch nur durch CryptoGuru drauf gestoßen. Und habe da mal so ein bisschen rumgeguckt, natürlich, es gibt schon Videos darüber. Ich habe mir gedacht, wir nehmen das jetzt einfach mal noch mit auf und ziehen hier noch mal so ein bisschen Vergleiche. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Hört euch das Video an, liked da lassen, Abo da lassen und gerne auch natürlich in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News, Signale etc. pp. Jetzt aber zu 21 Bitcoin oder 21 Bitcoin. Ich sage einfach 21, klingt auf jeden Fall deutlich besser. Und zwar ist es ein Anbieter, könnt ihr euch die App runterladen. Also ich glaube, Web-Version geht da gar nicht für iOS, Google Play, was weiß ich, was es da alles für Stores gibt. Und ja, ihr könnt hier noch billiger Bitcoin kaufen wie bei anderen Anbietern. Und das war jetzt auch der Grund, warum ich dieses Video mache. Keine Sorge, es ist nichts bezahlt hier oder sonst was. Das mache ich jetzt einfach so, um euch hier mal ein bisschen Infos zu geben. Wir haben ja schon mal Pocket Bitcoin auseinandergenommen. Dort haben wir 1,5% Gebühren plus diese Netzwerkgebühren, die natürlich auch noch drauf kommen. Habe ich bis jetzt auch immer genommen. Pocket Bitcoin, immer alles funktioniert, funktioniert auch weiterhin. Nur, es geht ja auch darum, wie kriege ich mit meinem hartverdienten Geld oder ihr auch mit eurem hartverdienten Geld die meisten Bitcoin für meine Wallet. Und da haben wir, wie gesagt, Pocket Bitcoin schon mal auseinandergenommen. Habe ich die ganze Zeit genommen. Und auch Relay. Und Relay habe ich ehrlich gesagt nie genommen, weil mir die Gebühren etwas zu hoch waren. Das habe ich dann auch hier nochmal ganz kurz rausgesucht. Ihr könnt ab 1% hier Bitcoin kaufen. Grundsätzlich sind aber die Gebühren 2,5%. Mit Sparplan 0,5. Mit Empfehlungscode 0,5. Und bei einem Auftrag über 100 Euro oder Schweizer Franken. Und dann kommt ihr erst auf diese 1%. So, jetzt hat aber 21 Bitcoin. Das klingt echt komisch, 21 Bitcoin. Vielleicht heißt es doch 21 Bitcoin. Egal. Ist eben diese App, die ich euch jetzt mal vorstellen will. Und hier fängt es ab, ab 1%. Jetzt lasst euch nicht hier von diesen 0,79% täuschen. Kriegt ihr nur mit einem Revlink. Also das ist schon mal klar. Ihr müsst hier grundsätzlich 0,99% zahlen. Wenn ihr euch jetzt aber zum Beispiel über den Link von mir anmeldet. Ihr könnt aber auch jeden anderen nehmen. Natürlich könnt ihr auch meinen Link nehmen. Gerne. Habt ihr hier diese 0,79%. Mindestgebühr sind 0,49 Cent in Euro. Und die Gebühr, wie gesagt, 0,79%. Finde ich sehr, sehr cool. Ihr könnt, ich habe mir die App auch mal runtergeladen. Und wie gesagt, erste Aufträge laufen. Ich kann es euch hier mal ganz kurz, wo haben wir sie, wo haben wir sie, hier. Das ist im Endeffekt die App richtig easy hier aufgebaut. Sparpläne. Ich hoffe, man sieht es so durch die Kamera einigermaßen. Sparpläne. Ihr könnt es direkt auf eure Wallet, was ich sowieso machen würde, Wallet verknüpfen. Einfach die Adresse rein und fertig. Und schon kriegt ihr das dann auf eure Wallet im Endeffekt ausgezahlt. Ihr könnt hier Sparpläne machen, was ich auch sehr, sehr cool finde. Oder was natürlich auch wichtig ist. Nur das Wichtigste meinerseits sind einfach diese Gebühren. Und wenn ich jetzt einfach nochmal 0,79% anstatt 1,5% wie bei Pocket Bitcoin plus die Netzwerkgebühren, macht das natürlich immer schon ein bisschen was aus. Und die haben auch natürlich hier ein bisschen Eigenwerbung auf der Website. Mehr für dein Geld haben auch hier mal ein bisschen verglichen. Bitpanda zum Beispiel 1,49%. Coinbase extrem hohe Gebühren. Revolut. Ich weiß gar nicht, ob Revolut überhaupt richtige Kryptos hat und mir die versenden kann. Möchte ich jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Und Crypto.com. So, alles schön aufgeschlüsselt. Natürlich hier kriegt man am meisten ab 0,79%. Wie gesagt, mit dem Raffling kriegt ihr dann nochmal 0,2% Rabatt. Sparplan, auch wichtig. Natürlich bei Coinbase könnt ihr 1 Euro. Ist jetzt nicht so geil. Aber ja, 15 Euro Sparplan. Das ist das Mindestding. Ihr könnt entweder auf die App überweisen oder ihr richtet im Endeffekt einen Dauerauftrag ein. Und das finde ich eigentlich geiler, wenn ihr jetzt sagt, wöchentlich, täglich etc. pp. Ihr könnt das im Endeffekt machen, wie ihr Lust und Laune habt. Finde ich ganz nice. Und was auch wichtig ist, keine zusätzlichen Gebühren für BTC-Auszahlungen und auch keine Transaktionsgebühren. Also auf die Wallet. So stand es zumindest jetzt drin. Finde ich auch wichtig. Wie gesagt, bei Pocket Bitcoin habt ihr eben noch diese Bitcoin-Netzwerkgebühr. Die habt ihr anscheinend hier nicht. Deswegen auch wieder so eine kleine, wenn es auch nur eine minimale Ersparnis ist. Trotzdem, es ist eine Ersparnis. Und da finde ich eben die Darstellung, wie sie es hier gewählt haben, finde ich echt sehr nice. Anfängerfreundlich kann ich echt nur bestätigen. Also ihr müsst nur, KYC ist natürlich Pflicht, weil es im Endeffekt Finanzgeschäfte sind, was ihr hier betreibt. Geht aber auch innerhalb von 5 Minuten. Könnt auch nur Bitcoin kaufen. Wenn ihr mehr als 100.000, dann müsst ihr euch direkt an die wenden. Aber ich glaube jetzt nicht, dass einer von euch hier draußen 100.000 Euro monatlich Bitcoin macht. Ansonsten ist die App einfach geil. Ihr könnt sogar Bitcoin verschenken. Auch mal eine coole, nice Geschichte hier im Endeffekt, dass einfach mal jemand anderen Bitcoin-Geschenke macht und sowas. So muss es doch sein. Also schickt gerne eure Freunden auch Bitcoin über diese App. Ich muss echt sagen, also ich werde auf jeden Fall oder habe bereits meine Daueraufträge hier geändert. Der erste müsste jetzt glaube ich morgen oder übermorgen gehen. Funktioniert ansonsten Bombe, was ich gehört habe. Ja, ansonsten, ich will dieses Video echt nicht zu lange machen. Es soll ja nur mal ein kleiner Auffrischer sein. Wie gesagt, das andere Video ist noch aktuell. Ihr könnt natürlich wählen, was ihr wollt. Es gibt mittlerweile genügend Anbieter und es kommen auch immer mehr dazu. Und das finde ich ja geil, so ein bisschen Konkurrenzkampf belebt einerseits das Geschäft und senkt für uns Kunden, Bitcoin-Nutzer, auch ein bisschen die Gebühren. Und wie gesagt, das sind so die Hauptanbieter, die eigentlich so bekannt sind. Relay, Pocket, Bitcoin, beide top. Jetzt gibt es halt noch 21 Bitcoin. Es klingt so komisch, ich kann mich glaube ich nicht daran gewöhnen. Aber ansonsten, wie gesagt, von den Gebühren her, könnt ihr halt hier einfach nochmal, sag ich mal, 50% teilweise wirklich an Gebühren sparen. Außer ihr habt es zum Beispiel bei, wo war es hier, Relay, dass ihr sagt, ich habe einen REF, ich habe einen Sparplan etc. Dann kommt ihr auch auf 1%, kriegt aber, wie gesagt, immer noch 0,21% mehr hier. Minus, ihr müsst keine Transaktionsgebühren zahlen etc. Ganz nice. Also ich hoffe, es soll jetzt echt nur ein ganz, ganz kurzes Video sein. Einfach nochmal so ein kleiner Anhang für das letzte Video, was wir gemacht haben, wo ein bisschen ausführlicher waren. Gerne, wie gesagt, könnt ihr euch das gerne mal angucken, anmelden. Ihr könnt den REF-Code, also es gibt keinen richtigen REF-Code am Anfang, den müsst ihr dann im Endeffekt in der App erst nachträglich eingeben. Es gibt keinen Link, das heißt, ihr meldet euch auf der Website an. Link dazu, entweder fragt ihr mich oder ihr nutzt keinen REF-Code oder ihr googelt einfach noch, ein REF-Code gibt genug. Und ja, mehr war es dazu eigentlich gar nicht. Es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen. Die sind ein Sitz in der Schweiz, wenn ich das nochmal ganz kurz zeigen kann, wer sind wir. Sitzen in Salzburg, suchen auch noch Leute hier übrigens, falls jemand einen Job sucht. Impressum können wir uns mal ganz kurz angucken. Also in Salzburg hocken sie, alles angemeldet, etc. PP. Also, gefällt mir gut. Wie gesagt, checkt die Seite gerne mal aus, ladet euch die App runter, testet es selber. Und ansonsten war es das schon wieder von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe abchecken. Ihr kennt es ja, Freunde. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay cool.